Hey Leute, hier ist wieder der Thorsten und heute bin ich mal wieder draußen unterwegs, hier mit der Marissa. Hallo. Die kennt ihr ja vielleicht schon aus dem einen oder anderen Video. Und ja, ich zeige euch einfach mal, wie ihr draußen auch ganz einfach ein schönes Porträt erstellen könnt. Jetzt gerade auch bei diesem Wetter hier, es ist jetzt ja Herbst und es gibt nicht mehr so viele schöne Locations, sage ich mal. Und wir sind hier unter so einer Unterführung. Ihr seht ja auch hier die Decke im Video. Und wenn ihr euer Model dann so positioniert, dass das Licht schön von der Seite reinfällt, also auf das Model trifft, wenn, genau, wenn die Marissa jetzt so steht, dann kommt das Licht schön von hier oben und dann habt ihr eine super weiche Ausleuchtung. Und da machen wir jetzt ein Bild. Der Hintergrund ist ja auch recht Herbstlicht, Herbstlicht, nee, Herbstlich. Und ja, sie hat auch hier so ein paar Herbstfarben im Pulli und so und dann passt das eigentlich ganz gut zusammen. So, die Marissa hat jetzt die Jacke ausgezogen, damit wir die Farben natürlich auch im Pulli super sehen, sozusagen. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich schaue mal hier mal nach meinen Einstellungen. Ich habe jetzt einfach mal ISO 100, eine Verschlusszeit von 1,200 und eine Blende von 1,8. Das wähle ich jetzt einfach mal, um zu sehen, was dabei rauskommt. Und dann kann ich immer noch ein paar Werte anpassen, wenn ich das möchte. Die Blende lasse ich auf 1,8, denn ich möchte den Hintergrund schön umscharf haben. Und ISO-Wert natürlich 100, weil, ja, den halte ich erstmal so gering wie möglich. Gut, dann mache ich erstmal ein Testbild. Drehe ich ein bisschen seitlich auch. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann passt das von der Belichtung eigentlich schon perfekt. Da muss man eigentlich gar nicht mehr viel machen. Und ihr seht auch, wie das Licht so schön in den Augen, der Lichtreflex schön in den Augen hervorkommt. Und einfach eine schöne weiche Ausleuchtung eben hier jetzt im Bild ist. Und der Hintergrund ist natürlich schön unscharf durch die Blende von 1,8. Und die Farben passen tipptopp zusammen. Ja, wir machen einfach noch ein Bild. Und da hat man ein bisschen Abwechslung. Richtig, komm ich hier. Ja, ist auch cool. Ich gehe auch noch ein bisschen näher ran. Und da haben wir auch ein schönes Porträt, auch mit der Unschärfe schon vorne auf dem Pulli. Der Hintergrund hat eben die gleiche Farbe. Das passt einfach super zusammen. Ich wechsle immer noch zum Querformat. Dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung. Der Hintergrund kommt auch noch ein bisschen mehr hervor, weil wir eben auch mehr Platz an der Seite haben, damit der Hintergrund auch wirklich mehr sichtbar ist. Und auch da sehen wir wieder, wie schön der Hintergrund eigentlich aussieht durch die Blende 1,8 natürlich schön unscharf. Und auch das Licht ist sehr schön durch dieses Dach, sage ich einfach mal. Und probiert es einfach mal selbst aus. Es ist eigentlich ganz einfach, wie ihr seht, auch natürlich im Sommer, wenn die Sonne extrem scheint, dann könnt ihr euch solche Stellen suchen, vielleicht auch unter einer Brücke oder ähnlichem. Und das Licht habt ihr dann eben schön gerichtet und ihr habt eine schöne weiche Ausleuchtung. Ja, wenn ihr noch andere Videos sehen wollt, schaut mal hier an der Seite. Da habe ich nämlich noch zwei verlinkt. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt hier unten auf Abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sage ich jetzt nochmal Danke an die Marissa. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.